Ja, hallo zusammen, Magic Points und einen weiteren Let's Play Magics 2015. Es geht gegen die Wächter der Katakommen von Onake, wie letztes Mal schon angekündigt. Und als du endlich an den Katakomben ankommst, stellt sich dir jedoch prompt der uralte Geist eines durchgedrehten Onake-Schamanen entgegen. Unter ihrem Gelächter öffnet er dir, dass die Erfüllung der uralten Prophezeiung bevorsteht. Der Welten-Töter, ein mächtiger Dämon, wird Schandala läutern und die Onake werden wieder auferstehen. Du hast das ungute Gefühl, bereits zu wissen, wer der Welten-Töter ist. Der gute Garok wieder. Voyages End können wir casten. Okay, wir sind on the draw, ziehen also noch ein Land dann vielleicht nach schon. Ah, kann man mitspielen, kann man mitspielen. Und 1-1 Unblockbar. Kann ich blocken? Ah, okay, das ist so ein Unblockbar-Deck oder was? Mit Geistern. Ah, Weißes Mana ist super. Für Primas. Boah, Primas ist auch so gut, einfach nur. Ich mache mal alle Karten groß, für die Leute, die die jetzt noch nicht kennen. Aber das sollte ja bekannt sein. Auch Muse der Grabsänge. Okay. Tipp, unblockbar. Nichts kann sie blocken. Okay. Dankeschön. Ja. Ah, Blutdurst. Okay. Der ist jetzt 3-3, der Berserker. Das ist auch ein guter Mann. Hm. Wollen wir jetzt schon das Voyages End offen halten? Hm. Oder einen Hit für 4 nehmen? Boah. Was würde ich darum geben, wenn das jetzt Scry-Temple immer gewesen wären? Oder halt Refugees aus Khans, die wenigstens noch Leben kriegen. Geld sind echt nicht so geil, ey. Ich nehme die 4 Schaden. Ist in Ordnung. Sonst, wenn wir jetzt eine Ebene ziehen, können wir Primas spielen. Weitere Dragon Skies haben jetzt... Solche Länder hätte ich auch gerne hier. Die Czech Länder. Wäre doch super. Aber sowas kriege ich ja nicht. Das wäre ja unfair. Nicht nochmal zeigen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er legt. Der hat Madcap Skills, ne? Kann nicht von 2... Ja. Oh, oh. Noch ein Berserker. Ja. Gutes Argo-Deck. Stormbreath-Track. Oh Gott. Dann weiter Tap-Glance. Kriegen wir wieder 4. 11. Voyages End. Oh. Ah, sieht nicht so gut aus. Sonst, weil ich die Dinger nicht gut blocken kann, wenn ich einen meiner Fettis aufs Feld kriege. Es wird nicht so einfach. Na, bauen wir mal einen. Nimm. So. Äh, unter die Bibliothek, bitte. Das Ding können wir nicht casten. Bis dahin sind wir wahrscheinlich schon tot. Gucken wir mal, ob er einen guten 4-Drop hat. Ah, 5-5 war... Ach du... Äh. Ja. Ja. Jetzt bräuchte ich das ganze Removal, was wir im letzten Video hatten. Haut mich für 9. Äh. Äh. Eigentlich ist jetzt der Punkt, wo ich konzinen würde. Haut mich für 8, wenn ich den Geist umschlage. Ein Schock. Sind dann 10 Schaden? Wieso schockt er seine eigene Kreatur nochmal? Hä? 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 Was war denn das jetzt schon wieder? Ich verstehe das nicht. Ja, auf jeden Fall Konzid. Ich bin tot. Ey. Äh. Was für ein Unfug er in letzter Zeit macht, der Computergegner. Ich verstehe das einfach nicht. Weiter. Ja, das ist jetzt auch nicht so eine geile Hand, aber... Ja, mit dem Barren habe ich gleich jedes Mana, ein Recht schaffenden Schlag, Turn 3. Naja, wieder mit dem Geist eröffnet, plus Doppel-Berserker. Da werde ich wahrscheinlich nie gegen gewinnen. Naja, wird sich zeigen. Na, wenigstens schon mal ein Tapped-Land. Immerhin. Schade, das hätte ich gerne auf der Startart gehabt. Dann hätte ich jetzt nämlich den Geist umschießen können und er hat keinen Bloodrush für die Karte, die er danach spielen wird. Mit ziemlicher Sicherheit danach spielen wird. Wenn er jetzt im Berserker liegt... Ja. Ne. Ah, zwei Zeilflein. Blutdurst. Okay. Der Drache. Ja, ist nicht schlecht. Nachtschallbarren. Und weiter geht's. Ah, nehmen wir auf jeden Fall wieder erstmal nur einen Schaden, das ist schon mal okay. Versuchen wir das Board, solange es geht, möglichst leer zu halten. So. Und was kommt jetzt für drei Mana? Ja, Schaden. Okay. Kein Play. Du, Enger. Kann ich ja leider nicht casten. Ansonsten hätte ich fast überlegt, das zu casten, weil er ja nächste Runde keinen Bloodrush hat. Mal sehen, wenn wir den Engel, müssen wir noch eine weiße Quelle finden. Ein weißes oder ein rotes Land wäre gut. Oder ein Boros Guildgate wäre jetzt noch super. Mit jedem anderen Land können wir den Innova-Schrecken spielen. Ist in Ordnung. Äh... Komm, Land. Stormrest Dragon. Gut. Gut. Das war der Draw, durch den wir jetzt wieder wahrscheinlich verlieren. Wir verlieren könnten. Boah, es hat bisher immer so mega gut geklappt. Und auf einmal, wo man mal was ziehen muss, versagt unser Good Stuff Haufen. Was ist da los? Gehe ich auf elf. Ah, geil. Endlich mal jemand, der Raubbau spielt. Na, ist cool. Was ist das? Opfer. Ein Land, Ziel, zwei Karten. Was? Solide. Jetzt kann ich mit dem Innova-Schrecken anfangen, Länder zu bouncen. Das wäre nicht so schlecht. Ah, schlechtes Removal. Ein Opfer hat ja gleich einfach den Geist. Ah, komm schon. Er opfer hat noch ein Land in meinem Zug. Geil, wenn ich den jetzt bouncen kann, kann ich ihn noch nicht mehr mehr ausspielen. Aber jetzt mal... Wieso spielt er den jetzt Mainface? Ohne Blutdurst? Ohne Scheiß. Das ist jetzt echt schlecht. Ah, gut. Keine Ahnung. Ja. Komm, Land von oben. Ah, geil. Die Muse. Damit kann ich Jump blocken jetzt. Oh Gott. Mann, er verplayt es so hart. Und mit einem Land würde ich es auf jeden Fall gewinnen. Dann bounce ihn. Dann muss ich nur irgendwie ein rotes Mana finden innerhalb von acht Runden, um das einzelne Ding wegzuängern. Ja klar, man spielt alles Mainface mit dem Blutdurst-Deck. Klar. Auf jeden Fall. Richtig gut. Blocken wir mal den 5-5er. Boah. Ist ein Anfang. Sagen wir es mal so. Es gibt schlechtere Draws. Das Ding kriegt ihr doch nie wieder weg, die Verzauberung. Mit Schwarz-Rot, oder? Gleich eine Karte, wie jeder Spieler opfert eine bleibende Karte. Dann wäre es richtig gut. Ja, Fledermäuschen. Ja, kann ich in den Response ja schon mal den dicken wegvoyagen. Jetzt komm, rote Mana-Quelle. Elixir, die Unsterblichkeit. Hm. Hm. Er greift mich jetzt an für 2. Ich gehe auf 3. Hab dann auf... Ne, dann... Ne, dann ist er Liesel. Wenn ich das ausspiele, gehe ich auf 8. Ich lasse es mal oben drauf. Okay, das war jetzt doof. Gehe auf 6. Na, ist die Glock gleich. Mit dem Schock ist sie gleich. Sonst hätte ich nur Einzug mehr gehabt. Ja, hallo. Es ist egal. Ich hoffe, das ist jetzt auch Mainface. Weil ich eh nichts machen kann. Also sowieso Wurst erst mal. Anger. Rote Mana-Quelle von oben. Eine ungetappte rote Mana-Quelle von oben. Boah, das klappt niemals. Seelingspear. Cool. Ja, da ist der, äh, äh, gut. Wurst darf Haufen nicht so gut gegen Hyper-Aggro mit Burn. Aber wir versuchen es nochmal mit dem Deck. Hab da... Dann gibt es wenigstens mal wieder ein längeres Video. Ansonsten der letzten Gegner war ja immer ein bisschen einfacher. Äh, ja. Wir waren on the draw, ne? Ja, okay. Ja. Dann gilt ein Gang-Go. Ja, das ist aber eine gute Hand jetzt. Anger ist nicht so schlecht. Ja, ein paar Länder von oben ziehen auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob wir es wieder mit dem Raubbau so verplayten. Und wir diesmal in den Roverschrecken spielen können. Das wäre besser. Ungefähr eins. Und was ist? Follow-up. Jetzt wird es spannend. Egal, wir haben ja schon enger, Mann. Das ist ja alles in Ordnung. Ah, ich glaube, ich enger das Board tatsächlich. Dann hat er keinen mehr, um, ähm, Bluetooth zu aktivieren nächste Runde. Und ich habe danach zwei Removal als Follow-up. Das ist in Ordnung. Ja, das ist echt in Ordnung. So. 3-1-Eile. Ach, Mann. Sollen wir denn ziehen? Weiter Länder, würde ich sagen. Länder oder den Nachtstahl barren. Ah, ich lasse ihn aber jetzt opfern. Sonst kann er, äh, hat er irgendeinen Vorteil dadurch? Oder ich? Ne, ist eigentlich egal. Ja, will ich nicht nochmal drei nehmen. Und das Board ist leer. Die gequillte Seele. Das ist in Ordnung. Eine gute Inspiration. Die zocke ich auch jetzt. Ich will nicht das Removal. Ich will jetzt was Gutes ziehen. Ja, aus Tab-Plant reinlegen. Ja, er kriegt jetzt eine komplette Runde geschenkt von mir. Aber ich denke, dass ich gleich anfangen kann, das Spiel zu übernehmen langsam. Kann man wie gesagt sein, 5-5 überlegen. Das ist mir erstmal egal. Ne. Den 2-2er-Flyer. Das ist auch okay. So. Na, Kollege Brimas kommt zur Party. Ja. Jetzt sind, glaube ich, die zauberbrechenden Teufel ziemlich gut. Weil ich würde gerne das Anger wieder haben, habe ich beschlossen. Und das wäre sehr, sehr, sehr schön. Ja, blocken kann ich nicht. Das sieht doch schon mal in Ordnung aus, das Spiel jetzt. 3-1-Eile, ja. Anger, komm, gib mir das Anger zurück. Los. Danke. So. Dann Insel. Dann Angriff für 8. Ja, das gewinnen wir, würde ich sagen. Perfekt. Nächste Runde. Ja, den Rofer. Und kommt eine Kreatur. Oh. Nicht schlecht. Der Dämon ist echt nicht schlecht. Trotzdem remove ich den. Der hat auch irgendwie, der stirbt irgendwie was, ne? Er hat sogar weniger, weniger als 6 Kreaturen. Ah, gut. So mache ich mir 6 Leben. Ja, bestimmt. Da hätte ich mit dem Removal, äh... Das hätte ich langsamer spielen können, glaube ich. Okay. Gucken, was seine letzte Handkarte ist. Ich kann meine auch nicht casten. Keinen einzigen Colorfix gezogen. Nur die falschen Guildgates dieses Spiel. Das ist echt traurig. Oh, ein Raubbau ist gar nicht mal so schlecht da an seiner Stelle, jetzt, glaube ich. Nämlichstens die Hand wieder auffüllen. Ist echt nicht verkehrt. Ähm... Elixier der Unsterblichkeit. Ja. Dann greifen wir mal an für 8, wa? Will ich den Greyfaird reinschaffeln? Nicht unbedingt. Jetzt habe ich schon so viel auf dem Board. Komm, dann muss ja jetzt was kommen. Ja, weiter. Okay, 3 Dreier ohne Effekt. Oh, jetzt wird er aber gierig mit dem Raubbau, oder? Erste weiße Mana-Quelle. Ah, einmal kann er noch durchlassen. Wenn er jetzt anfängt zu jumpen, glaube ich, verliert er. Ja, ich glaube, dass er das nicht tun soll. Ah, er opfert noch ein Land. Weil er mit 2 Mana die guten Kreaturen alle noch ausspielen kann. Ich glaube nicht, dass das richtig gespielt ist, was er macht. Ja, 1-1er Fledermaus. Herzlichen Glückwunsch. Oh, die Seele von Ravnica. Nett. Ah, haben wir gewonnen, denke ich mal. Ah, geil. Für die nächste Runde können wir für 7 einfach 2 Karten ziehen. Das ist jetzt nicht der beste Effekt für 7 Mana, ziehe 2 Karten. Aber... Ah, gut. Vielleicht ziehen wir ja noch was anderes. Eine rote Karte zum Beispiel. Pläne und Land opfern, Endstep? Ne? Okay. Na gut, wir haben noch keinen Lethal auf dem Board, aber... Ist egal, ich mische das jetzt rein, sonst muss ich immer Priority passen. Habe ich keine Lust drauf. Das Spiel hält dann immer an. So. Ah, nett. Für Mana haben wir denn... Ah, genug. Kommt der gute Primas. Jetzt ziehen wir mal 3 Karten. Ja, ja, komm. Piu. Ja, die fliegt ja. Na gut, so forsten wir den Chumplock. Unser Gegenüber geht auf 2. Und wir haben alles in Play. Ja, erstmal noch ein Land opfern. Gucken, vielleicht findet man ja noch was. Ne? Schade. Dann 2 Karten abwerfen. Ja. Ja. Aber fast gut gespielt, würde ich sagen. Das war es. Ah, sehr schön. War aber trotzdem nicht einfach, die ersten Spiele. Wenn er so einen super starken Tempostart hat, dann ist das nicht so einfach tatsächlich. Ah, nicht schlecht. Äh, weiter. Was haben wir denn hier? Jo, Zendika ist jetzt freigeschaltet. Sehr, sehr schön. Ah, Boosterpackung öffnen. Wollte gerade sagen. Elvish Visionary. Nett, nett, nett. Meucheln, auch nicht schlecht. Noch ein Abfaulen. Oh. Der Glaubensheiler ist auch nicht so verkehrt. Noch ein Abfaulen. Oh ja, da kann man mit arbeiten, würde ich sagen. Jetzt, da du den Schamanen besiegt hast, zertrümmerst du den uralten Altar. Daran findest du eine seltsame kristallene Fähre. In seinen Tiefen siehst du einen gewaltigen Sumpf düster schimmern und nimmst die ungeschlachte Gestalt des Dämon Obnixilis wahr. Vielleicht kann dir dieses Objekt helfen, ihn aufzuspüren. Oh, Obnixilis. Weiter geht's. Ja. Stärke durch Überzahl. Goblins gibt's dann im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wie immer wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten. Ciao. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.